Im Kuhblick kommt keine Kuh, aber viel Kritik auf den Tisch. Zieht StarCop Mike Süßer daraus Konsequenzen? Also ich hab ziemlich viel Fall, aber es ist wirklich kein Salzgut. Dann muss ich dir widersprechen, ja. Ob Stimmung würde ich sagen, ne? Halt das wieder. Ja, der Ausflug zum Kuhblick, ne? Keine Ahnung, wo das endet. Mein Lokal, dein Lokal. Das Sommerspecial der Profi kommt. Morgen um 17.55 Uhr bei Kabel 1. Und danach Achtung Kontrolle.